Hallo zu Tentos und herzlich willkommen zu einem neuen Splatoon Online Part. Ja, es ist ein bisschen länger, es ist schon lange her, aber jetzt wird hier wieder mehr Splatoon bekommen auf dem Kanal. Und ja, wir müssen wieder neue Waffen kaufen, da wir in den letzten beiden Parts ja die ersten beiden gekauften Waffen gespielt haben. Und ja, heute spielen wir die Splatling Deko. Reichweite ist gut, Aufladetempo, Beweglichkeit okay. Hat den Detektor und den Tintentitan. Naja, schauen wir mal rein. Bin gespannt, was die Waffe uns geben wird. Bis gleich. Tut mir leid, wir sind nicht geblendet, aber ich glaube ich werde heute wieder das Standardprinzip machen. Zwei Revier, zwei Rangkampf. Und natürlich fangen wir an mit dem Revierkampf. Oh yeah. Wir sind hier in die City. Scheiße. Okay, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen dann gewöhnen, wie das mit der Störung funktioniert, weil ich hab das Spiel schon seit 3, 4 Monaten nicht mehr gezockt oder so. Deswegen wieder... Ja, da sieht man was das Können anbelangt. Der hatte die Tintsuka und noch einen Pinsel. Also das ist ein kleines bisschen unfair, aber ja, machen wir schon. Scheiße. Ich muss irgendwann nochmal testen, ob vielleicht irgendwann nochmal im Livestream das geht. Ob ich vielleicht irgendwann nochmal Livestreamen kann. Mit dem Handy, ich hab keine Ahnung. Alter. Mit ist er schon komplett lila. Nein, ich hab ihn doch abgeballert. Kalligraf-Fresco hat die... Auch das noch. Kartenmäßig sind die, glaub ich, ein bisschen im Vorteil. Ich mach mal hier den Detektor. Einer hab ich markiert, Leute. Einmal Cooler feuern. Ich versuch mal jemanden zu orten. Oh Gott. Was kommt mir weg hier? Ich muss immer weg hier. Ich hab sie... Ich wollte heute sagen. Ne, 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 ne. Wo? Zweiter Gehen? Alles hier nichts mehr. Oh Gott. Zu mir, Leute. Die Mitte, die Mitte, die Mitte. In die Mitte, Leute. Da zündet einer sein. Spezial. Special. Special. Ich hab drauf da. Fakt mal. Ich hab sie nicht bekommen. So, das war eigentlich erstes gutes Match. Ja, ne. Jawoll. 1 zu 0. Sehr schön. Oh, die hat nen Disconnect. Das ist immer dann der Vorteil, entweder für unser Team oder für das Gegnerteam, wenn irgendeiner aus irgendeinem Team Disconnect hat. Aber gut. War für uns diesmal Glück. Und dann auf in die zweite Runde. Bis gleich. So, wieder auf Antobic Games HQ. Aber, das macht ja nix, ne. Ja, meine Lieblingsfarbe. Endlich mal wieder hier. Juhu. Na gut. Was wäre eigentlich eigentlich? Zweite Runde. Aber immerhin schon direkt meine Lieblingsfarbe. Das freut mich. Oh, Junge. Dieses hellblau. Ich feier sie jedes Mal. Ah. Scheiße. Dudestotrotz. Da, die bin hier ja Quietschen Da. Oh. Diese Farbe ey. Ich könnte sie. Ich könnte sie. Küssen. Na mancherraß. Auf jeden Fall muss ihr jetzt wieder Gegnerorten. Höhöööö. Noch nicht da hin. Ich hab zwei geortet. Ich bin Tod. Das hab ich bei dich kein Ernst. Remi, Junge. Remi, Remi, Remi. er macht uns darüber hat jetzt ein bisschen länger gedauert mit dem warten deswegen ja also ihr seht also ihr seht das ja gar nicht wegen dem cutter war das hat jetzt persönlich ein bisschen länger gedauert ich muss mal probieren meinen titan auszulösen sind die taten sind die taten sind die taten ich bin so tot ja ich wollte gerade sagen ich bin so tot mann ist dass der nachteil von einem titan wenn du siehst wo die anderen sind jetzt direkt hier man so leute kurz meine mutter ins zimmer kommt mir leid ist auch 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 ich habe gerade noch einen tinten titan diesmal gegnern gewonnen ja gut 1 1 aber was soll es was soll man machen auch werden in disco nicht ist auch gut ja 0 kills einer gestorben das ist gut bei so einem zeug wenn man schon lange nicht mehr gespielt hat ok dann sehen wir uns im randkampf wieder so dritte runde operation goldfisch ist dran heilboothafen spielen wir hier also also ich muss sagen so mit dem schießen ist die waffe eigentlich schon relativ gut aber ich muss sagen die extras sind halt nicht so nicht so krass bei der waffe weil die besten extras sind ja normalerweise die ich schieße 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 was machen die denn die erledigt von nichts von einer auf links und wo kam der denn jetzt hermann von rechts nach wieder ne mann 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 scheinen das hat eine ganze die sie ernähren sind haben sie nicht haben sie nicht du kleiner warum verstecken die sich immer ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht mann wo ich habe eine legt nein ja die kriegen sind scheiße was ich schade finde wer einmal die klüge die klügeren maids hat der hat gewonnen vielleicht zielen lernen du idiot ja jetzt machen sie hier den gar aus nur am schielen die sind fast da ich habe mich trotzdem noch gekriegt nein scheiße ich gehe nach oben die sind wieder da wo sowieso die sind da die sind da die sind da warum sterben die denn nicht das kann doch nicht wahr sein mensch 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 menschen ich bin gleich tot was mache ich mache das jetzt geschickt wenn ich den krieg schön von hinten titan wo ist denn der das kotzt mich an ey du stirbst ich habe sie und wir gehen nach vorne noch einige ja ich weiß aber durch scheiße noch noch 20 aber ich habe mich gut nach vorne gekämmt ich ich teleportiere mich mal zu meinen kollegen ja es war so klar ey es war so klar die sterben alle was soll denn das jetzt sind wir überall im single von diesen limetten farbigen kindern da aber der versteckt sich hier habe ich verlängerung 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 naja schade ich kann den titan oder nicht einsetzen jetzt müsste mir helfen oder team work team work team work team ja die kommen was soll man machen was soll man überhaupt machen man was soll man überhaupt machen man was soll man machen wenn überhaupt die stärksten Waffen EU haben der hätte schon wieder den Airbrush RG Junge die goldene rasierklinge man 8 kills und 13 Tode ging wieder ziemlich ab 14 kills und 5 Tode hat da einer beim Gegner Team da geht es ordentlich ab naja letzte Runde da hoffe ich nochmal dass es besser geht so letzte Runde Tümner Kuppel ja jetzt sind sogar zwei 50er sind in der Runde ich hoffe ich kann nein ich glaube ich glaube dass einer bei uns sogar ist oh Gott scheiße ich bin hier wieder am verkacken ich habe den ersten Vorteil nein die haben den ersten Vorteil oh nein pass auf, pass auf, pass auf, pass auf Schießweiler, Schießweiler schießweiler was macht er denn da? ist er dumm zu mir Leute nein 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 ich habe ich hätte es geschafft, man das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein der holt auf, der holt auf, der holt auf, der holt auf, der holt auf ah ne der zielt, der ist schon da ich hole jetzt mit dem zinten titan, pass auf ich hole jetzt mit dem zinten titan, pass auf Scheiße, Mann wenn ich einfach fast schon wieder beim Ziel wäre das ist schon mal bei einer Folge passiert das weiß ich oh Gott die wäre schon bebombt werden, Mann ist doch nie wahr das kann doch nicht weitergehen ich habe Angst das war nicht mein Kill Scheiße die sind ja auch hier vorne jetzt schon wieder das kann doch nicht sein mein Trink Ich habe eine Brücke komm schon komm schon du musst da rauf hier,aio kehri rauf hab ihn du musst hier rauf,Aio kehri rauf nein die gehen an dann bin ich hier weil hier ist trotzdem abkommen nein er hat mich scheiße nein jetzt haben wir auch noch ein ist noch einer springt sofort dahin habe sie zumindest mit war wie konnte die jetzt mit durchlaufen hört auf die gegner durch zu lassen mann hat kann auch so nicht weitergehen leute modell ist bekommen durch durch baby das ausw שלי durch 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 molecule durch durch städte durch durch der wüte durch hieß ja mann damit ein ko sieg und damit wieder zehn punkte plus also sind wir wieder dabei geblieben sehr gut gemacht vier kids und fünf tote das ist ein solides ding also insgesamt neun mal ist was passiert 156.000 dabei geblieben naja wenn euch dieser splatoon online-part gefallen hat dann das gerne daumen nach oben da und ansonsten und ansonsten falls euch dieser kanal interessiert das gerne abo daumen nichts darüber passen ja ansonsten wir sagen hau rein und ciao please like and subscribe and we see us goodbye